Hey Leute, hier ist wieder der Thorsten und weiter geht's mit einer neuen Folge zu euren besten Bildern 2015. Ihr habt mir eure Bilder geschickt und ich gebe eben meine Meinung dazu. Und kurz noch ein paar Sachen zum Anfang. Ich weiß, dass das nicht meine besten Videos sind und ich weiß auch, dass ich da noch ein bisschen lernen muss, das Ganze zu kritisieren. So wie ihr die Fotografie lernt, lerne ich eben jetzt noch das Ganze eben zu kritisieren, sage ich mal. Aber ich finde das eh wirklich sehr schwierig, da die Bilder zu kritisieren, denn das ist auch sehr viel Geschmackssache. Und ich finde es auch extrem schwierig, da auf einen Nenner zu kommen. Deshalb ist das auch nur so eine Spezialaktion jetzt und ich mache das eben deshalb auch nicht regelmäßig. Wenn ich jetzt einfach von dem Punkt ausgehe, dass es euer bestes Bild 2015 sein sollte, das ihr mir schickt, dann finde ich es auch eben schwierig, denn da würden auch vielleicht viele Sachen rausfallen, viele Bilder. Oder es wäre auch einfach unfair, wenn jetzt jemand zum Beispiel am 01.01.2015 eine Kamera bekommen hat und hat dann eben das ganze Jahr Zeit gehabt, um damit Bilder zu machen. Dann hat er im Endeffekt mit Sicherheit bessere Bilder als jetzt jemand, der zum Beispiel am 24.12.2015 die Kamera bekommen hat und dann einfach nochmal ein Bild schicken möchte, einfach um dabei zu sein. Und da ich ja auch keine Bilder aussortiere und ja einfach zu jedem Bild eigentlich was sagen möchte, soweit es mir eben möglich ist, ist es da wirklich schwierig, da von einem Punkt auszugehen, also das auf einen Nenner zu bringen sozusagen. Aber wie gesagt, ich versuche es trotzdem und ja, ich hoffe, ihr könnt irgendwie was draus mitnehmen und habt was davon. Also starten wir direkt mal mit dem nächsten Bild. Das ist von Thomas Pentenrieder. Ich blende hier auch mal die EXIF-Daten ein. Und ja, das ist eine schöne alte Kamera, eine alte Canon-Kamera, so eine ähnliche habe ich auch noch. Und was mir erstmal auffällt, ist, dass, oder was mich irritiert, ist, dass der Fokus nicht hier vorne liegt. Das ist mit Sicherheit auch so gewollt, dass er hier bei einem Canon-Logo liegt. Aber hier ist es irgendwie komisch, dass ich eben, dass das hier so unscharf ist, denn hier wäre es jetzt vielleicht besser, wenn vorne das schon noch richtig zu lesen wäre und dann hier hinten schon die Unschärfe wäre. Also denke ich mal, würde vielleicht besser aussehen, weil es so eben irgendwie komisch ist. Man schaut zuerst aufs Objektiv hier, auf diese hellen Stellen und dann ist das unscharf und dann guckt man weiter und findet dann diese scharfe Stelle. Das ist jetzt so, ja, das, was mir zuerst mal auffällt. Ansonsten, der Hintergrund sagt jetzt auch nicht viel aus. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Strand wäre oder ähnliches, dann würde da natürlich auch mehr bei rüberkommen. Also dann könnte man sagen, okay, die Person ist am Strand und macht gerne Bilder dort und dann wird eben so eine kleine Story erzählt und hier hat man irgendwie nur einen Garten oder ähnliches und ja, da fehlt halt natürlich noch ein bisschen was. Ansonsten könnte man die Linien noch gerade richten. Also hier hängt ja alles ein bisschen schief sozusagen und wenn man das mal hier vielleicht ein bisschen gerade richten würde, dann wäre also, dass diese Pfosten hier auch gerade wäre im Bild und diese Bank auch nicht mehr so schief steht und die Kamera sozusagen, also das Bild ein bisschen mehr nach rechts dreht, dann wäre das, denke ich, auch besser. Aber ansonsten auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass, falls dieser Punkt eben gewünscht war, dass es auf jeden Fall auch geklappt hat. Wenn dieser Punkt nicht gewünscht war, weil man mit den Autofokus-Punkten eben noch nicht vertraut ist, dann ist das jetzt ein gutes Beispiel. Vielleicht wollte man sogar hier vorne hin fokussieren, aber die Kamera hat dann eben hier oben den Punkt genommen. Deshalb auch die Autofokus-Felder immer selbst einstellen und dann da eben drauf zielen, wo man auch die Schärfe haben möchte. Ja, soviel zu dem Bild. Das nächste ist dann von Manuel Eicher und das ist ein Landschaftsbild. Ich bin ja auch kein Landschaftsfotograf, wie ihr sicher wisst. Ich schaue mir auch die Bilder gerade zum ersten Mal an. Also es ist nicht so, dass ich die vorher schon durchgehe und da mir irgendwie schon Gedanken mache oder so. Ich möchte einfach die zum ersten Mal sehen dann in dem Moment und dann eben was zu sagen, was mir so als erstes in den Kopf kommt. Und was mir ein bisschen fehlt, ist auch der Vordergrund. Also das ist natürlich immer schwierig, je nachdem, wo das war und wo man da steht. Aber wenn man sich das Bild jetzt anschaut, ist es halt so ein Bild. Also einfach nur so, man sieht halt hier in die Weite und so, das ist natürlich auch wunderbar. Aber es fehlt so der Punkt, der wirklich, der das Auge eben anzieht sozusagen. Und das ist bei Landschaftsbildern auch oft etwas schwierig. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier vorne irgendwo, wo du eben gestanden hast, noch ein Baum oder ähnliches gestanden hat oder ein Stein oder ein größerer Stein oder irgendwas, dass man vielleicht versucht, das noch ein bisschen mit reinzubringen ins Bild, sieht, dass man eben auch einen Vordergrund im Bild hat und nicht nur irgendwie dieses Weitläufige. Das fällt mir jetzt so als erstes eigentlich ein. Ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Die Wolken sehen ja schön aus. Und ja, wie gesagt, ich bin auch kein Landschaftsexperte oder Landschaftsfotograf. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall ganz schön, so für selbst einen auch eine Erinnerung. Aber ja, es fehlt eben auch wieder ein bisschen was, um es dann jetzt zum Beispiel als bestes Bild 2015 einzureichen. Aber darum geht es ja gar nicht. Das habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Das nächste Bild ist von Andreas Gebel. Und das ist dann mal wieder ein Porträt. Und das gefällt mir eigentlich schon mal sehr gut. Die Farben passen eben wunderbar zusammen. Hier ist auch so ein bläulicher Ton in den Steinen, sogar hier die Schatten. Wie er auch hier im T-Shirt ist. Und ja, die Haare passen auch gut zum Hintergrund. Die Hautfarben natürlich. Wenn euch die Exif-Daten interessieren, die stehen ja immer hier oben. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und vielleicht hätte man können hier den Bildausschnitt anders wählen. Dass man jetzt, hier ist ja so eng geschnitten, dass man vielleicht auf dieser Seite enger geschnitten hätte. Und dann eben hier mehr Luft gehabt hätte sozusagen. Also, dass die Person eben in die größere Stelle reinschaut sozusagen. Also, in diese Stelle mit mehr Platz. Ja, aber finde ich eigentlich ein gelungenes Bild. Wie gesagt, den Bildausschnitt vielleicht noch ein bisschen anders gewählt oder wählen. Ansonsten auch schön aufs Auge hier fokussiert. Und dann der Rest schön unscharf. Auch durch die Blende 2.0. Also, ja, auf jeden Fall sehr gelungen. Man hätte eventuell, wenn man es jetzt ganz kritisch sieht, den ISO-Wert auf 100 machen können. Und hätte dann die Verschlusszeit ein bisschen länger machen können. Dann bei 50 mm ist das ja kein Problem, da noch ein bisschen weiter runter zu gehen. Dann wäre man eben mit der ISO ein bisschen weiter unten gewesen. Und das Rauschen wäre nicht so ein Problem gewesen. Ist es jetzt hier auch nicht. Aber ich versuche immer, den ISO-Wert so gering wie möglich zu halten. Einfach so als Grundprinzip erstmal. Und den erhöhe ich eben nur, wenn es nicht anders möglich ist. Und wenn man hier an den EXIF-Daten, wenn man da mal schaut, wäre es eben auch anders möglich gewesen. Wie gesagt, ISO-Wert auf 100. Dafür die Verschlusszeit runter. Also länger gemacht. Und dann wäre das Bild genauso belichtet gewesen. Und man hätte eben den ISO-Wert so gering wie möglich gehalten. Das nächste Bild ist von Dirk Schwäth. Ist natürlich schön mit diesem Nebel hier auf dem Wasser. Also dieser morgendliche Nebel. Sonnenaufgang, das ist alles schön. Aber es ist mir irgendwie noch zu dunkel. Also es ist zwar schön und gut, dass das jetzt so eine Silhouette ist. Aber irgendwie ist es mir doch zu dunkel. Das fehlt mir eben an Detail. Es ist einfach nur so ein, ja, so ein, es fehlt irgendwie was, wie ich finde. Es ist eben einfach nur die Sonne, die hier schön durchscheint durch die Bäume. Aber sonst sagt es irgendwie nicht viel aus. Und da hätte man eventuell auch können eine Belichtungsreihe machen, dass man mehrere Bilder an dieser Stelle macht, wenn man ein Stativ zum Beispiel dabei hatte. Und dann hätte man eben hier auch noch ein bisschen mehr Detail gehabt. Also auch so eine Art HDR, aber eben nicht zu sehr übertreiben, denn das sieht oft auch ziemlich blöd aus. Und ja, ich finde es auch schön, dass die Spiegelung hier jetzt noch mit drin ist. Das ist natürlich auch eine schöne Sache und das so in der Mitte vom Bild getrennt wird. Aber ja, wie gesagt, es fehlt einfach noch ein bisschen was. Also einfach weitermachen. Ich nehme auch einfach an, dass das jetzt ein Bild ist, das recht am Anfang bei der Fotografie gemacht wurde. Und da kenne ich nämlich noch Bilder von mir, die sehen genauso aus. Da wurde einfach nur drauf losfotografiert und so weiter. Das ist ja auch alles absolut okay. Dann habe ich hier ein Bild von Thomas G. Und da haben wir jetzt den extremen HDR-Look, den ich gerade beim vorherigen Bild erwähnt habe. Denn wie man hier sieht, ist das hier alles sehr, ja, ich kann das nie beschreiben, wie so ein HDR-Look aussieht. Mir persönlich gefällt es einfach nicht. Das ist, glaube ich, Geschmackssache einfach nur. Da gibt es die Leute, denen gefällt das super und es gibt die Leute, denen gefällt das gar nicht. Ich glaube, es inzwischen gibt es da gar nicht. Und ich bin eben bei denen dabei, denen das nicht gefällt. Also es ist so ein, ja, es sieht so komisch aus. Also ich kann es nicht beschreiben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Denn hier sieht man das jetzt ganz extrem. Und das ist schön, wie die Sonne hier noch strahlt und vorbei strahlt hier an der Person. Und was das hier jetzt genau war rundherum, da wurde mit Sicherheit auch irgendwas vor das Objektiv gehalten oder Ähnliches. Aber passt jetzt hier irgendwie gar nicht so, wie ich finde. Also hier wäre es vielleicht schöner gewesen, auch noch mehr Landschaft mit draufzunehmen, dass man noch mehr von dieser Landschaft sieht und die Person auch dann im Bild vielleicht ein bisschen kleiner wird. Und dann hätte man eben noch mehr Story rundherum oder mehr Szenerie eben drumherum. So ist es ein bisschen komisch, weil die Person schaut ja auch nicht in die Kamera, sondern schaut eben in die Sonne. Wenn man mehr rundherum noch gesehen hätte, dann wäre es auch so ein bisschen mehr verträumter gewesen. Und eben so ein bisschen, ja, es hätte einfach mehr erzählt, wie ich finde, das Bild. Und also ein bisschen weiter weg oder ein bisschen weiter rausgesoomt wäre da, denke ich, auf jeden Fall besser gewesen. Dann das nächste Bild ist von Lukas Dechau. Und, ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich mit anfangen soll. Die Farben sind natürlich im Herbst immer wunderschön. Die passen auch immer super zusammen. Ich finde es jetzt ein bisschen hoch, also die Perspektive ist ein bisschen hoch. Ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, dass man hier unten den Weg noch etwas mehr sieht, also dass man weiter runter geht, vielleicht auch auf den Weg. Denn ich glaube, so war man jetzt nicht unbedingt auf dem Weg, sondern irgendwo weiter oben. Und dass man vielleicht wirklich den Weg noch mehr betont und weiter runter geht, wie gesagt. Und dass eben hier noch gewaltiger aussieht dadurch. Also, dass die Bäume auch gewaltiger aussehen, da man ja tiefer ist, wirken die ja auch höher. Und, ähm, ich denke, das hätte hier vielleicht sogar noch besser gepasst. Die, äh, Überbelichtung hier ist natürlich, ja, immer schwierig zu meistern. Äh, ich finde es eigentlich noch ganz cool, dass hier auch so ein bisschen heller ist, dass da wirklich so viel Licht noch kommt. Also, irgendwie hat das auch was. Aber vielleicht könnte man das Bild auch anders schneiden, dass man gar nicht so viel hier oben von dem Weiß noch mit drauf nimmt, sondern das nur hier irgendwo abschneidet, ähm, oder auch wirklich nur ins Detail geht. Das ist nämlich auch oft eine Sache, ähm, dass viele Leute einfach zu viel auf einmal aufs Bild packen. Es kommt immer darauf an, hier im vorherigen Bild war es zu wenig Detail, oder zu wenig, äh, drumrum sozusagen, wie ich finde. Aber hier bei dem Bild ist schon wieder zu viel. Da es auch keinen Punkt gibt, der so wirklich ins Auge fällt, äh, es wirkt eben einfach alles so flach. Es ist einfach ein flaches Bild sozusagen. Es gibt keinen vorne, keinen hinten so richtig. Und es gibt eben keinen Punkt, wo man wirklich mal drauf schaut. Und, äh, länger drauf schaut und, und vom, und das Auge auch wirklich draufgezogen wird. Deshalb, ähm, ja, wie gesagt, weniger Bildausschnitt vielleicht, dafür mehr Detail drauf, oder wirklich nur einen engeren Bildausschnitt, damit man weniger sieht und weniger auch ablenken kann. Und man, wie gesagt, dann auch näher, äh, weiter runter geht und sich dann auch vielleicht mal am, äh, Geländer hier noch ein bisschen, äh, orientiert, halt, dass man da die Flucht irgendwie mit reinnimmt und dann mit der Blende spielt und, äh, trotzdem im Hintergrund eben die schönen Farben noch hat und so weiter. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten, denn so wirkt es ein bisschen, ja, ein bisschen flach und wie so ein Handybild auch. Es kann ja auch sein, dass es mit dem Handy gemacht wurde. Hier ist jetzt, hier sind jetzt keine Exif-Daten dabei. Ähm, aber, wie gesagt, da auf jeden Fall noch ein bisschen weiter üben und, äh, auch das Auge ein bisschen dafür schulen. Das kommt auch alles nach und nach. Also keine Sorge, wenn das jetzt noch nicht so ist. Je mehr man fotografiert, desto eher sieht man sowas. Und, ähm, ja, vielleicht einfach auch nochmal an die Stelle gehen, wo das war. Das würde ich jedem empfehlen, wenn er, äh, was mit meiner Kritik jetzt, mit meiner Meinung anfangen kann. Vielleicht einfach nochmal da hingehen an die Stelle, wenn es möglich ist und dann einfach auch, äh, mal wieder ausprobieren, mal wirklich gezielt an dieser Stelle zu schauen, okay, wie könnte ich denn das jetzt besser machen? Und was könnte ich anders machen? Und, äh, und so weiter, dass man sich so eine Aufgabe eben selbst stellt, um dann auch, äh, ja, einfach besser zu werden, wie gesagt. Und, äh, die ganzen Sachen eben einfach weiter schult. Das nächste Bild ist von Jens Aßmann. Und, ähm, ja, das ist, äh, auch nicht schlecht, so mit dieser Perspektive. Äh, die Köpfe hier rausstrecken. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, ob das jetzt, ob die Leute zu dem Jens gehört haben oder ob das irgendwie jetzt eher zufällig war, dass er jetzt hier aus dieser Ecke fotografiert hat und die Leute da gestanden haben. Ich denke, du hast ja auch sicher was dabei gedacht. Äh, ich kenne jetzt auch die Story dahinter nicht, wie gesagt. Wenn du die Leute gekannt hast oder kennst, dann, äh, wäre es natürlich auch cool gewesen, wenn man die Gesichter sieht. Das ist ganz klar. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass du die Leute nicht gekannt hast und eher, äh, da so reingeschlittert bist in diese Situation sozusagen, dass er eben von denen allen ein Bild machen wollte und du das eben gesehen hast und dann von hinten noch ein Bild gemacht hast. Ja, da kann man eigentlich so viel nicht zu sagen. Die Schwarz-Weiß-Bearbeitung ist ganz cool. Die ist ganz gelungen eigentlich noch. Ähm, aber es fehlt eben auch wieder so der Punkt, wo man jetzt, äh, was mit anfangen kann, äh, wo man hinschaut genau. Äh, es hat eben jetzt keine Story oder es sagt eben nichts aus sozusagen. Und das fehlt eigentlich bei den meisten Bildern, äh, immer noch. Aber das ist auch absolut okay, wenn ihr noch anfangt. Denn, äh, das lernt man alles erst nach einer Zeit. Man muss sich am Anfang auch auf die Technik konzentrieren und so weiter. Dann kann man sich nicht noch um alles andere kümmern. Aber, äh, irgendwann wird man dann auch merken, okay, das Wichtigste ist eigentlich die Story im Bild und was da passiert und, äh, was, was eben eben, äh, ja, was eben das Auge anzieht oder was eben da einen catcht oder wie auch immer. So, dann machen wir noch ein Bild. Das ist von Hannes Kustziewski. Da sind auch wieder Exif-Daten am Start. Das ist jetzt zum Beispiel sowas, wo mir die Silhouette gefällt. Also, bei dem anderen Bild eben, habe ich ja gesagt, die Silhouette reicht irgendwie nicht aus. Aber hier reicht es eben aus. Denn, äh, da finde ich es sogar ganz cool, dass das so, wirklich so ein Schwarz-Weiß eben ist mit diesen, mit diesen harten Kontrasten. Wenn man mal genau schaut, das könnte hier sogar gemalt sein. Also, äh, man weiß es nicht unbedingt. Hier sieht man dann, dass es fotografiert wurde. Wenn man so in die Strukturen in diese Details mal reinschaut und reinzoomt. Gut, viel kann ich nicht mehr zoomen. Aber da sieht man eben, dass es fotografiert wurde. Aber wenn man nur mal hier so sich konzentriert drauf auf diese Stellen, dann könnte es auch einfach, äh, gemalt sein oder eben, ja, auf, auf weißem Papier mit schwarzer Farbe eben gemalt oder wie auch immer. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, äh, Silhouetten sind nicht immer schlecht. Man muss eben dann schauen, dass es auch, äh, wirklich eine Silhouette ist und das Ganze auch ein bisschen was hat. Und hier hat man jetzt auch so einen Punkt, den das Auge direkt, äh, anzieht. Das ist jetzt dieses, äh, Jägerhäuschen hier. Ähm. Und das finde ich dann eigentlich ganz cool. Diese, äh, ganzen Äste hier von den Bäumen und die paar Blätter noch und so weiter, das hat irgendwie alles auch so ein bisschen was, auch wie das hier oben so zusammengeht, in diese, ähm, ja, diese Äste so zusammengehen. Und, ja, ihr merkt schon, es ist jetzt irgendwie auch natürlich nicht so das, äh, krasseste Bild, das jetzt die, die wirklich die beste Story erzählt oder ähnliches. Aber das Bild hat irgendwie schon, äh, so ein bisschen was, dass man einfach mit dem Auge ein bisschen rund geht, umherkreist und, äh, einfach hier den Jäger, äh, Stuhl sieht. Dann aber auch mal weitergeht hier. Die Äste, die fühlen eben so ein bisschen, auch, dass man hier am Baum entlang geht, dann hier vielleicht wieder hoch und zu den Ästen noch kommt und schaut dann hier noch. Und, äh, es geht eben einfach alles so ineinander über und das Auge wird da eben einfach ein bisschen geführt. Und natürlich auch durch diese harten Kontraste, durch dieses, äh, ja, schwarz-weiß. Also, das ist auf jeden Fall ein schönes Bild, das ein bisschen auch was hat. Ähm, ja, und da ich jetzt schon wieder sehr lange aufnehme, würde ich einfach mal sagen, mache ich hier wieder einen Cut. Die weiteren Bilder kommen in den nächsten Videos. Und, äh, schaut mal hier in der Seite, da habe ich nämlich auch zwei Videos verlinkt, die ich eben erwähnt habe. Zum Beispiel zum Thema Autofokus-Punkte und darunter findet ihr noch ein anderes Video. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt auf Abonnieren und verpasst ja in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und ich hoffe, mit meiner Meinung könnt ihr was anfangen. Probiert es einfach mal aus, geht wieder an die Stelle und macht das Bild nochmal oder schaut, was ihr eben anders machen könntet. Und, ähm, ja, dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!